Also wenn man auf die Mitgliederzahl guckt, wir haben jetzt knapp 1000 Mitglieder, dann ist das eine Erfolgsgeschichte. Die EU hat wesentlich dazu beigetragen, dass die Universität hier in dieser Region sich verankert hat. Sie war immer ein kommunikativer, auch Sperringspartner und die Mitglieder glauben, unverändert von der Gründung an bis heute, dass die Universität eine der Schlüsselregionen für diese Region ist. Ich würde gerne vier Dinge nennen. Zum einen, wir fördern über die Mitgliedsbeiträge ganz verschiedene Projekte, die an der Universität laufen. Manchmal ist es wirklich erstaunlich, mit wie wenig Geld man doch so viel Gutes bewirken kann. Zweitens, wir haben die Kongressstipendien, wo wir jungen Wissenschaftler ermöglichen, an nationalen oder internationalen Kongressen im Ausland teilzunehmen. Drittens, wir haben den Wissenschaftspreis ausgelobt, den wir im Wechsel für Doktoranden und für junge Wissenschaftler vergeben, mit einer der hochdotierten Preise in Höhe von 5000 Euro. Und ich würde gerne noch ergänzen, was man nicht vergessen darf, es gibt ganz, ganz viele, die nicht mit Geld helfen, sondern mit der Zeit, die sie zur Verfügung stellen, um über ihre Zeit, die sie schenken, die EU-Geschenken, an der Entwicklung der Universität und der Universitätsgesellschaft beizutragen. Also aus meiner Sicht gibt es nicht ein schönes Erlebnis, sondern die Auseinandersetzung mit dem Akademischen selber, das ist jedes Mal in jeder Runde für mich außerordentlich befruchtend, inspirierend. Und ich liebe diese akademische Auseinandersetzung. Wir selber haben uns im Vorstand als Team aufgestellt und können da auf viele gemeinsame, gut gelaufene Projekte zurückblicken. Schatzmeister mit Schriftführer haben ein neues Mitgliedersystem, Mitgliederverwaltung eingeführt, was nach 40 Jahren erforderlich war. Svea von Mende als stellvertretende Vorsitzende hat wunderbar die Svaree als neues Format mit eingeführt, wo auch gerade Jüngere mit angesprochen werden. Ganz besonders, wenn ich eins hervorheben darf, ist es natürlich die Feier zum 40-jährigen Jubiläum der Universitätsgesellschaft. Das war ein Rahmen, wie er wunderbar zur UGO passt. Locker, akademisch, auch akademischer Diskurs, in dem man das ein oder andere dann doch diskutierte, was man da auch gut besprechen konnte. Und hinterher ein fröhliches Zusammensein bei einem guten Glas Wein und einem leckeren Essen. Aus meiner Sicht haben wir zwei Herausforderungen zu bewältigen. Zum einen, wir sind mit 40 Jahren so ein bisschen in die Jahre gekommen. Die Inhalte sind modern, aber wir brauchen eine deutliche Verjüngerung der Mitgliederstruktur. Daran müssen wir arbeiten. Uns muss es gelingen, auch die jungen Menschen, die jungen Akademiker dieser Region für die UGO zu begeistern. Und der zweite Punkt ist sicherlich, wir kämpfen für eine weitere Regionalisierung. Wir haben ja seit Jahren das Botschafterkonzept von Uwe Jens Kruse eingeführt, ausgebaut, weiter und fortentwickelt. Und über dieses Botschafterkonzept und über die Satzungsänderungen, die wir durchgeführt haben, wollen wir weiter die Universitätsgesellschaft regionalisieren, weil einfach die Strahlkraft der Universität in diese Region, diese Bedeutung soll einfach weiter unterstrichen werden.